Hallo zusammen und herzlich willkommen! Wer von euch denkt denn genau jetzt darüber nach, einen neuen Gaming-PC zu bauen? Ich denke, viele werden es sein, vor allen Dingen dadurch, dass auch jetzt wieder diese kühle, kalte, düstere, dunkle Jahreszeit begonnen hat und deswegen vor allen Dingen auch wir als Technikfreunde viel mehr Zeit vor den Rechner verbringen als irgendwo draußen in der Kälte. Aber das Ganze funktioniert natürlich nur mit dem passenden Gaming-PC und viele fragen sich Intel oder AMD und ich zeige dir heute oder erkläre dir heute, warum genau jetzt der möglichst denkbar schlechteste Zeitpunkt ist, um einen Gaming-PC auf Intel-Basis zu bauen. Ich wünsche dir viel Spaß und damit legen wir los mit dieser kleinen aber feinen CPU-Kaufberatung und damit legen wir los und ja, viel Spaß, let's go! Das Fracture Design Define S2 stellt mega viel Platz für deine nächste Wasserkühlung bereit und lässt diese dank des Tempered Glass Sichtfensters edel aussehen. Platz für neun Lüfter, vier Radiatoren, eine Netzabdeckung und Akustikdämmung inklusive und noch viel mehr zum Define S2 gibt es in der Videobeschreibung mit weiteren Informationen verlinkt. Ja, kleine Sache noch vorweg, natürlich habe ich auch euer Feedback in den letzten Wochen und Monaten ernst genommen und mir so ein paar Gedanken gemacht, insbesondere auch hier zum Beispiel das Kanal-Design, was ich jetzt komplett überarbeitet habe und natürlich auch nochmal, was die Videothemen angeht. Ich werde natürlich auch in Zukunft weitere Gaming-PCs bauen, dazu gibt es dann noch Tech-Bette, aber trotzdem gibt es hier auch von Zeit zu Zeit immer wieder solche Beratungsvideos, Gaming-PC-Tests, allgemeine Reviews und so weiter und so fort, um auch hier wieder diese klassische Zen-Chillis-Hardware-Reviews-Style-Art und Weise wieder zum Laufen zu bringen, weil das Ganze ist irgendwie 2018 so ein bisschen abhandengekommen, das finde ich selber schade, ihr findet das auch selber schade und deswegen, ja, geht es heute auf jeden Fall weiter mit einem etwas anderen Video und zwar einem Beratungsvideo. Ja, meine Freunde, die Wahl der CPU ist im Grunde eine Wissenschaft für sich, viele sagen zum Beispiel, hey, ich nutze Intel seit 10 Jahren und deswegen werde ich auch Intel weiter nutzen, es gibt allerdings auch die zum Beispiel sagen, ich habe Intel lange genutzt, würde gerne ein neues System bauen, allerdings ist mir Intel derzeit zu teuer, wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Ryzen-CPU. Natürlich und auch hier, ungeachtet dessen, ist der Koi 7 8700K mit 6 Kern- und 3 Threads ein echtes Monster, insbesondere bei den Spielen ist das Ganze hier die CPU Nummer 1. Maximale FPS, maximale Power, 5 GHz und mehr, gepaart mit einer Top-Anwendungs-Performance. Was will man mehr? Auch der Koi 5 8400 ist trotz seiner geringen Basistaktung von gerade einmal 2,8 GHz mit seinem physikalischen 6 Kern ohne Hyperthreading, eine gute CPU, die es auch bisher für überschaubares Geld zu kaufen gab. Und ja, genau hier ist das Problem. Intel-CPUs sind derzeit einfach unfassbar teuer, wirklich unfassbar teuer und die Ursache ist in dem Fall keine neue. Und zwar ist Intel aktuell nicht in der Lage, in großen Massen die neuen 14-nanometer-Produkte bereitzustellen. Dadurch leiden natürlich auch andere Produkte darunter, wie zum Beispiel die Bordpartner mit dessen Mainboard, zum Beispiel Asus, MSI und Co. Gerade Mainboards sind da natürlich auch sehr stark von betroffen. Eigentlich, und das wissen wahrscheinlich viele von euch, sollte es die Z370 Mainboards schon lange geben, doch jetzt erst irgendwie Mitte, Ende Oktober gibt es so die ersten Mainboards zu sehen. Das Ganze wird also ein bisschen dauern, bis sie wirklich in großer Masse zur Verfügung stehen, beziehungsweise auch kaufbar sind. Und deswegen auch hier nochmal der Hinweis, auch Mainboards sind von diesem gesamten Thema betroffen. Im Grunde ist es so, Intel ist derzeit nicht in der Lage, Chipsätze und die reihen CPUs in großer Masse gleichzeitig zu fertigen. Letztendlich fehlt ca. eine bis zwei Fertigungsfabriken, denn aktuell ist es so, dass wie gesagt CPU und Chipsätze auf einem und denselben Nanometer-Verfahren basieren, also 14 Nanometer, und deswegen ist es aktuell einfach nicht möglich, mehr als genügend Chips zur Verfügung zu stellen seitens Intel. Wir schauen uns jetzt einfach mal den Preisverlauf des COI 78700K an. Derzeit kostet dieser knapp 500 Euro, ein mega krasser Preisanstieg von ca. 150 bis 170 Euro, denn der übliche Preis für diesen COI 7 lag lange Zeit bei ca. 330 Euro. Auch den COI 5 8400 gibt es aktuell nicht einmal mehr zum Normalpreis von 165 Euro, sondern eher für 300 Euro, so gesehen ein Preisanstieg von mindestens 135 Euro. Die passenden Mainboards sind aktuell noch relativ preisstabil, mal gucken wie lange, aber trotzdem auch hier der ultimative Tipp, kauft euch bitte jetzt kein Intel-System, weil das Ganze ist einfach unfassbar teuer, ihr schießt so viel Geld für ein solches System raus und abzuwarten gilt natürlich auch die neuen COI 9 oder COI 7 9000er CPUs. Mal schauen, wann diese auf den Markt kommen, beziehungsweise sie werden jetzt auch in Kürze auf den Markt kommen, aber bis sie dann letztendlich in großen Massen und auch irgendwo zu guten Preisen verfügbar sind, ja, ich glaube, das wird genauso lange dauern wie bei der COI 7 oder COI 5 Serie der 8000er Generation. Aber meine Freunde, ein Vorteil gibt es allerdings in diesem gesamten Thema und zwar, die Preise für Arbeitsspeicher sinken und sinken und sinken immer mehr und das finde ich schon ziemlich geil. 16 GB DDR4 gab es Anfang 2018 für ca. 180 bis 200 Euro, aber das gleiche Kit gibt es derzeit für ca. 120 bis 140 Euro und rückblickend ist das ein super Preis für ein Speicherkit mit 16 GB und 3000 MHz. Intel ist derzeit also keine Option und vielmehr empfehle ich dir eine AMD Ryzen CPU, wie zum Beispiel den Ryzen 5 1600, der ebenfalls mit 6 Kern- und 12 Threads antritt. Ein freier Multiplikator und ein verlöterter Heat Threader sorgen für sehr viel Leistung und Spaß beim Übertakten. Selbst der kleine Boxkühler reicht aus, um den Ryzen 5 auf 3,8 GB locker zu übertakten. In Spielen schlägt sich der Ryzen 5 sehr gut, dank der 6 Kern- und 12 Threads und auch hier ist das Ganze möglich, sehr aufwendige Spiele wie zum Beispiel Assassin's Creed Origins ohne Probleme darzustellen. So läuft zum Beispiel ACO mit passender Grafikkarte einfach super flüssig und super frei von Ruckla. Natürlich funktioniert auch zum Beispiel Battlefield 1 ohne Probleme und auch das neue Battlefield 5 wird für diese Ryzen CPU keinerlei Probleme darstellen. Dazu empfehle ich dann zum Beispiel das MSI B350M Pro VDH, ein Mainmode, was mit allen wichtigen Features ausgeschattet ist, wie zum Beispiel USB 3.0, M.2, Spannungswanderkühler und das Ganze auch hier, sehr wichtig, zumindest für einige, ein RGB-Anschluss ist vorhanden. Wer natürlich jetzt sagt zum Beispiel, hey, ich möchte noch mehr Power und es soll auf jeden Fall die neueste Ryzen-Plattform sein, dann empfehle ich den Ryzen 5 2600 und ein B450 Mainboard. Die technischen Unterschiede sind relativ gering, wobei die CPU sich noch etwas besser übertakten lässt, aber ein zusätzlicher Kühler ist auch hier unbedingt nötig. Eine schöne Gaming-Konfiguration mit einer der genannten CPUs wäre zum Beispiel die Kombination mit einer RX 580 oder einer GTX N70 Ti. Beides gibt es für ca. 700 bis 1000 Euro. Und auch hierzu gibt es das passende Video in der Videobeschreibung verlinkt. Alles weiter natürlich auch noch, was du irgendwo so brauchst. Ja, meine Freunde, die Ryzen-CPUs sind nach wie vor immer noch eine sehr gute Wahl. Und natürlich habe ich mir auch deswegen einen eigenen neuen Gaming-PC gebaut. Und dieser steht auch hier jetzt schon die ganze Zeit im Hintergrund zu sehen. Einfach super klein mit Wasserkühlung, richtig viel Leistung. Hexacord-CPU, GTX N70 auf jeden Fall reinschauen. Das Video verlinke ich auch irgendwo hier oben in der Ecke. Kleines i, kleines i hier oder da. Auf jeden Fall das Ganze mal reinschauen. Lohnt sich definitiv. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Kommentare bewerten bzw. liken. Und natürlich auch nochmal hier eure Meinung kundtun. Und damit bedanke ich mich. Und wir sehen uns damit im nächsten Video wieder. Bis neulich und ganz genau. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.